Hallo bei Pottanander. Hier der Pottpapa und ich. Wir sind unterwegs in Schmachtdorf und zwar auf Karnickelberg. Ja, Ureinwohner. Dieses Stadtteil wissen, dass hier mal die alte Deponie Hühnerheide war. Da habe ich als Kind auch schon unterwegs gewesen. Ja, da haben sie aber noch ganz andere Sachen hier abgeladen und wenn man jetzt guckt, ist hier eine formidable Kleinsthalde entstanden. Picobello kann ich euch nur empfehlen. Auf geht's, kommt mal mit. Picobello kann ich euch nicht mehr ausprobieren. Picobello kann ich euch nicht mehr ausprobieren. Musik 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 Wow, Kinder, das tut richtig gut. Das ist schon so richtig warmes oder mildes Frühlingswetter, so richtig April. Das tut so unglaublich gut. Ja, und Drohnefliegen hier leicht gemacht. Ideale Bedingung und einer der wenigen Orte, wo man nochmal ein kleines bisschen auch das reine Fliegen genießen kann. Hat mir richtig gut gefallen. Und jetzt fangen wir noch ein paar schöne Bilder ein. Auf geht's, komm. Musik 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 Musik